Skrrr. 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 Sehr gut. Falsche Auflösung. Falsche Auflösung. Wtf? Eine sehr seltsame Framerate ist da. Das ist flacker zu seltsam. Hm. Äh, hi. Geht schon los? Oh. Oh, okay. Controller? Kein Controller. BSAD? Ne, Faltasten. Gut. Mhm. Wir sind sehr klein. Sind wir Ameisenkrieger? Man weiß es nicht. Oh, das ist echt hohes Gras. Hey, aber cooles Charakter-Design. Tank-Controls. Hallo? 2020 noch Tank-Controls? Hach, lol. Äh... ... ... ... ... ... ... ... ... Kirod and evil? Oh no, Horst! Horst! Geht's dir gut? Horst, lebst du noch? Sag was! Horst! Horst! Ist zufällig Sephiroth durch dieses Dorf gelaufen. Sephiroth! Sephiroth! Oh, die Farben flimmern ganz böse. The fuck? Muster zuflier... Oh Gott! Ich sehe gerade, wie das in OBS aussieht. Ist ja grausam. Ja, dieser Grafikstil ist nicht dafür gedacht, gecaptured zu werden. Aber es sieht bei euch zumindest nicht so flackerig aus. Mehr Flacke, das ist ganz böse. Oh ja! Es ist der Secure Endboss, das da. Es ist der Secure Endboss, das da. Er ist der Hero. Thunder. Horse. Thunder. Horse. Thunder. Äh... What? Dead Horse. Dead Horse. Dead Horse. Ich liebe es immer, wenn so ein Spiel anfängt. Du hast gerade richtig Bock drauf. Und dann war's. Wiedersehen. Das war ein Spiel. Wait. Hm. Das war voll cool. Von der Idee her. Abgesehen vom Grafikstil, der aussieht, als hättest du, als wolltest du bewusst einen äptileptischen Anfall in deinen Zuschauer auswirken. Okay. Ähm. Vielleicht machen wir noch eins, was länger als drei Minuten ist. birů years. v